Ah, stopp, sagt er jetzt nicht. Cool, jetzt müssen wir stehen bleiben. Hast du die Fenster zu überall? Ja. Gott sei Dank. Wie hätten wir das denen erklärt? Wow, scheiß mich an, Alter. Fenster macht zu, um Gottes Willen, macht zu. Fenster macht zu! Was passiert, wenn wir das aufmachen, wenn der Dörf macht? Nein, nein, nein. Mach zu! Mach zu! Mach zu! Mach die Scheiße zu! Mach zu jetzt! Verdammt nochmal! Bist du verrückt? Du kannst doch nicht das Fenster aufmachen, wenn du mir hier einen reinbläst. Alter! Mann! Ich dreh hier durch! Ich dreh hier komplett durch! Jetzt ist alles wieder gut hier. Kann ich nicht angehen. Boah, Mann! Mach weg, mach weg, mach weg! Mach zu! Mach zu! Sag mal! Einmal reicht! Einmal! Ne! Das zweite Mal war bedeutend witzig. Das zweite Mal war nicht besser und auch nicht lustiger. Doch. Geil. Jawoll, zwei schön gewaschene Autos. Du bist du gut. In der Moment. Im Moment. Du bist du gut. Nichts tueig. Du bist du gut.